Die Hyperbeast. Okay, unsere Frame Rate sinkt auf 10 FPS. Was hast du? Kuda, bitte. Was hast du? Und ich halt... Alter, dieses Spiel verarscht mich. Was hast du, eine Hyperbeast? Venezen Rider? Es steht nur da, abgesägte Schrotflinte. Sie kam in der Aussagegrad viermal hintereinander. Aha. Abgesägte Schrotflinte Origami. Echt? Ja, Origami ist scheiße. In der... In Einsatz abrupt. Wie wär's, mit Englisch? Nein. Und sie sieht... Scheiße aus. Ich werd sie nicht spielen. Wer will sie haben, der schreibt in die Kommentare. Ne, 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 ich bin ja so Fame. Nein.